Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir als AfD-Fraktion setzen uns, das wissen Sie alle, stets für die jüdischen Belange ein. Das haben wir an dieser Stelle schon oft deutlich gemacht, sei es beim Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge oder wo auch immer. Und das gilt auch erst recht dann, wenn Sie uns bei interfraktionellen Anträgen ausblenden, während Sie mit der Linken zusammengehen. Wir haben hier zum Hauptantrag einen Zusatzantrag eingebracht, der über das mit dem Hauptantrag Geforderte hinausgeht. Denn der interfraktionelle Antrag ist nicht zu Ende gedacht. Er schafft und zementiert vielmehr neues Unrecht. Denn mit der rentenrechtlichen Anpassung für jüdische Zuwanderer wären zwar die insoweit bislang bestehenden Ungerechtigkeiten gegenüber anderen Zuwanderergruppen beseitigt, die unter das Fremdrentengesetz fallen. Aber sie lässt die Vertriebenen und Aussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion komplett unter den Tisch fallen. Diese sollten den Berechtigten im deutschen Rentensystem gleichgestellt werden, Stichwort Fremdrentengesetz und legitimiert durch Kriegs- und Nachkriegsereignisse wie Flucht und Vertreibung. Nach dem Beitritt der DDR zum Gebiet der Bundesrepublik wurde das Rentenniveau der Spätaussiedler und Vertriebenen aber auf 60 Prozent gesenkt. Die bloße Anpassung der rechtlichen Ansprüche jüdischer Migranten an das Niveau der Aussiedler würde sie wiederum zu Betroffenen machen. Wir haben dargelegt, dass die Gruppe der Aussiedler und Spätaussiedler gerade in besonderem Maße von Altersarmut gefährdet bzw. betroffen ist. Deshalb fordern wir, dass sich der Senat auf Bundesebene dafür einsetzt, sämtliche institutionelle Diskriminierung von Vertriebenen, Aussiedlern, Spätaussiedlern und jüdischen Migranten im Fremdrentengesetz zu beenden. Wir stehen auf der Seite der Juden und selbstverständlich auch auf Seiten der Vertriebenen und Aussiedler. Vielen Dank.